Oh mein Gott, nein, noch 50 Sekunden, bitte, nein, bitte, nein, nein, er schlägt mich, er will mich schlagen, er will mich finden. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, diesmal Hide and Seek auf meinem Kanal. Ja, ich wollte vorhin schon eine Runde Zweimelgames aufnehmen, aber dann wurde ich gerade am Anfang übel geschlagen, dies, das, das, ja, das kackt mich manchmal einfach nur an. Oh, mein Kopf, aber mein, aber ja, egal, dann mache ich halt eine Runde Hide and Seek, das ist ein bisschen entspannter und, ja, das ist ein bisschen entspannter und cool. Ich, das, das eben ein, auf Hive, äh, so ein, ähm, Arcade-Spiel, das Hide and Seek ist jetzt genau gleich wie Verstecken spielen. Ich bin ein, ich werde dann ein Block sein und, ähm, ich muss dann ein geeignetes Versteck finden, dass mich der oder dann die Sucher nicht finden. Und wenn man gefunden wird, oder, und dann wird man getötet, dann wird man so ein Sucher und muss eben die, die anderen, die sich versteckt haben, finden. Und was bin ich, was bin ich für ein Block? Ich bin ein Zaun, ein Zaun, das ist natürlich nicht, das ist geil, das ist geil, finde ich. Und mal schauen, wo man hingehen kann als Zaun. Hier sind viele Plätze, wo man als Zaun hingehen könnte. Aber, es ist keine Lücke, so vielleicht eine Lücke frei. Wäre recht nice, hier eine Lücke zu finden. Nein, es ist ja keine Lücke. Und, es hat schon zwei Sucher, was? Was, es hat schon zwei Sucher? Nein, ich bin der Runde aufgefallen, nein, 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 nein. Ich muss mich irgendwo verstecken, aber ich weiß nicht wo. Ha, scheiße. Es ist, es ist schade. Es ist schade. Oh, da ist der Sucher. Der Sucher ist da oben. Der Sucher ist da oben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt habe ich es geschafft, der Sprung. Der Sucher ist da drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, dieses Versteck ist übel schlecht, aber egal. Egal. Wir sind jetzt ein solider Block und es sieht schön aus. Muss man einfach nur sagen. Ich sehe grandios aus. Ja, muss man halt einfach schon mal sagen. Ich mache gerade einen Screenshot, weil es sieht geil aus. So. Mal wieder schauen, wo die Seeker sind. Es hat schon drei Sucher und es geht noch fast 245 Sekunden. Also, ja, das ist schon ein bisschen tricky hier manchmal, weil es gibt nicht immer so die guten Verstecke, weil das ist eigentlich kein gutes Versteck, aber ich glaube nach einer Minute bekommt man dann ein Hals weg. Genau. Und dann kann man auch die Leute killen, weil da ist ein Knockback drauf eben. So. Knockback, das heißt, man kann die Leute weiter nach hinten schlagen und ja, das heißt, ich kann dann flüchten, falls es notwendig ist. Aber ich glaube, ja. Oh, da kommt, da kommt ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Ja, ja. Ja, geil. Lass dir mal das Geile an Heiden Sieg. Weil ich bin ein Block für sie. Also, ich bin ein solider Block für sie. Ich sehe aus wie jeder andere Zaun hier. Also, ja, hoffentlich werden die mich nicht sehen. Hoffentlich werden die mich nicht sehen. Weil wenn sie kommen, werde ich den da schlagen und gehe dann da rum. Ich glaube nicht, dass das eine gute Taktik ist. Oder ich werde ihn da in die Ecke schlagen und dann kommt er hier und ich gehe da rum. Ja, ja, ja. Egal. Egal, egal, egal. Hier der Muscle, der macht mir Angst, der macht mir Angst. Ich habe noch 172 Sekunden. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt, Freunde. Und, ja. Was jumpt der da so rum? Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist gut. Hint, I'm a Faye. Fence. Was? Der ist auch ein Fence. So, wir haben erst 8. Oh, wir haben schon 8 Sieger. Wir haben schon 8 Sucher. Und sie finden mich nicht. Ich habe das schlechteste Versteck ever. Ever, ever. Und sie finden mich nicht. Es ist krass, 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 krass. 138 Sekunden. Oh, ich habe Angst. Die haben alle Diamantschwerter und Full Iron. Also, ich könnte sie killen, aber es ist schwer. Verdammt schwer. Dann dürfen die dich, ich glaube, dreimal hinten, dann bist du tot. Dann bist du einzeln tot. Einfach. Dann ist es fertig mit dem Babo, Babo Pumpkin hier. Dann ist es fertig. So, hoffentlich findet die ab. Was sind das für Mitspieler? Sind die vollkommen gestört? Wir haben noch 11 Heiders und 10 Siegers. Also, wir sind am Gewinn. Also, ich glaube, wenn, egal wie viele Heiders zuletzt bleiben, wenn die Sieger nicht alle finden, dann ist es over and out. Dann ist fertig. Dann haben wir gewonnen. Und ich hoffe, das Ding können wir holen und nicht in der letzten Sekunde verlieren. Oh mein Gott. Da kommt ein. Oh, ho, ho, ho. Oh, yes, 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 yes. Gut, gut, gut. So. Da, da kommt auch keiner, ne? Die sind alle da in der Mitte, in etwas am Rumjumpen, dies, das, Icefire, XX519. Er hat einen Skill-Namen, muss man halt schon mal sagen. Und er schlägt, er schlägt im Wasser. Oh nein, ich bin nicht mehr ein solider Block. Ich bin nicht mehr ein solider Block. Komm, komm, vier, vier, drei. Und da ist gerade einer. Oh mein Gott. Wie viel Glück, wie viel Glück ich hatte. Wie viel Glück ich hatte. So, oh mein Gott. Nein. Noch 50 Sekunden. Bitte, nein, bitte, nein. Nein, nein, er schlägt mich. Er will mich schlangen. Er will mich finden. Er will mich finden. Nein, nein, hör auf. Nein, geh weg, geh weg. Ja, 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 ja. Jawohl, jawohl, Freunde. Wir haben das schlechteste Versteck ever. Versteck, Versteck ever. Aber wir werden es machen. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Oder ich glaube zumindest daran, dass wir das schaffen werden. Take a Cookie wurde gerade getötet. Und es hat noch 6 Verstecker. Also 6 Leute, die sich versteckt. Und 14, die mich und 5 weitere suchen. Also das wird eine knappe Kiste. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, und da haben wir gewonnen. Da haben wir gewonnen. Die, ja, 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 da bist du Jamie. Jamie, Jamie, ja, da haben wir gewonnen. Da haben wir das Ding nach Hause geholt. Und ein paar Punkte gekriegt. Und damit würde ich dann auch schon sagen, wer ist das für heute gewesen mit einer Runde Hide and Seek. Ja, Leute, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ciao.